Hallo Leute, ich hoffe euch geht's gut. Wir haben heute den 8. Dezember bei den Adventskalender-Gewinnspielen. Am 6. Dezember habe ich ungefähr an 300 Gewinnspielen teilgenommen. Gestern am 7. Dezember habe ich auch ungefähr an 300 Gewinnspielen teilgenommen. Heute früh habe ich wieder eine E-Mail bekommen, dass ich was gewonnen habe. Und zwar eine Übernachtung und zweimal Eintritt für den Europapark. Nice, oder? Und jetzt fange ich an wieder ein paar Gewinnspiele zu machen. Heute werden es wahrscheinlich nicht ganz so viele werden, aber mal sehen. Und ja, das sei gesagt, macht's gut Leute, viel Glück weiterhin und bis demnächst. Ciao!